hi und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich bin hier heute in herrenberg bei den winning trails und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit auf eine session ich habe hier heute auch endlich mein neues bike dabei der eine oder andere kennt es wahrscheinlich schon gt force x expert und ich bin ziemlich zufrieden damit ich habe es nicht neu gekauft also ist jetzt schon eine weile her ist dass ich das schon habe ist es schon eine weile her ist dass ich das schon habe aber ich glaube die meisten kennen es eh schon habe ich würde sagen es wird hier gleich ein bisschen gesendet nachher kommen auch noch ein paar kumpels vorbei ob ich den ihren namen sagen darf das weiß ich nicht deswegen sagt es jetzt mal nicht wenn sie da sind frage sie mal bis dann sechs ein halb stunden später nicht ich brauche keine unterschrift so jetzt sind die auch endlich da der typ die ich hoffe es okay dass man sich sieht und der da unten der paul der fährt jetzt also diesen ist auch endlich angekommen nachgefühlten fünf stunden der leider die waren noch beim mit dem fahrrad aufmachen hältst du da vorne noch ja das wird so geil so brusch dein chip ja wie hast du das aufbekommen man hört sich vorne fast nicht das mikrofon ist hinten also ich hoffe man hört sich jetzt einhändiger macht da wird ein pferde wird es gut schaffen ich weiß nicht immer auch und KASED ich fahr einmal runter und da seht ihr mal ein bisschen die strecke mein helm das ist gerade sehr sehr gut das ist gerade sehr sehr gut das ist gerade scheiße jetzt schon hoch ich weiß nicht mal ob man mich hört alles klappt mit dem baum Junge den hat Rami gelebt ich glaube der sprung der ist richtig beschissen gelandet also eigentlich darf man ja nicht lachen aber bei dem darf man schon machen das magst du nicht lachen Tornado Junge 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 was machen Sachen dann könnt ihr vielleicht mein fahrern holen oder so ne ne alter jetzt saniere dich Junge 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 abonniert wenn euch das gefällt abonniert gerne den Kanal und alle DL und die mit NoBanMTB ja dann natürlich auch dann natürlich auch vorbeischauen bei NoBanMTB das machen die beiden aber natürlich auch in meinem Kanal bitte unten abonnieren oder ein Like da lassen aber nur wenn ihr wollt ist alles freiwillig den hat er gerade gefetzt und wir fahren jetzt die Straße da unten mit 500 km runter ich hoffe ich kann irgendwie den GPS einschalten also die bringen den Schnellfotter der trau nicht wie der Schnellfotter von uns aber wir müssen ohne noch mal kurz anhalten ich muss den Rucksack zumachen ok ooooh keine gute Idee gewesen brafen warte brafen die Bremse alter was ist denn los hier hätt's mich vorher fast gegen die fucking Baum gelegt die Bremse ist ein richtig guter Stoff alter Ja, ja! Der ist gut. Der war's. Nein, 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 nein! Ja, ist die Nulli! Alter! Nie, auf! Feuer! Alter, du Scheiße! Sind die Kameras noch da? Alter! Wuhuuu! Schuld! Ich muss sagen! Ja, ist gut! Aber nicht so gut wie ich, weil ich... Hä? Was? Ach, hier links? Schlimm! So Leute, wir fahren jetzt, ich weiß nicht, ob man das gerade hört, nur was, wenn ich untertitel ein... Wir fahren gerade zu Dirt Park. Hier in Herrenberg. Alter! Ich glaube, ich wurde gesnitzt. Warum? Krass! Nee klar, der Mini! Ja! Kein Witz! Ich glaube, ich wurde geblüht! Ja, der hat mich auf den Hochschule gegeben! Der hat mich auf den Hochschule gegeben! Komm! Manuell! Boah! Ja! Ich kontrolliere gerade ein paar Mal, ob meine Kamera noch da ist. Ich wollte hier wackeln lassen. Wuhuu! Wuhuu! Alter, war das geil! Welch Qualität gewinnt! Juhuu! 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 Ja, der ist treu! Wird dann der Letzte bitte länger gemacht! Juhuu! 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 Ich hab mir auch zu viel! Juhuu, sorry! Sorry. Er gibt jetzt einen neuen Container. Zu seiner Familie. Nee. Weitere Beleidigungen sind nicht voll. Ich verdammte von der nächsten Tray, oder? Ja, Send it! Bleib alles an wie du sagst. Hä? Du weißt, dass du dich nicht schmackst war. Send it! Tipp! Hier muss ich bloß noch abbremsen. Weil der letzte ist der Kürzesteck. Ich will die Party am Steigen.